Willkommen zu Teil 10 unserer Videoserie. In diesem Video geht es um die Fähigkeit, sich begeistern zu lassen. Ein persönliches Lieblingsthema von mir, weil ich es sehr gut kenne. Kurz vorab noch, wenn du die ersten Videos nicht gesehen hast, schau sie dir erst an, weil die Videos bauen ein bisschen aufeinander auf in dieser Serie. Ja, und dann sind wir mitten im Thema? Begeisterungsfähigkeit, was meine ich damit? Hochsensible lassen sich oft leicht begeistern für alles, was daherkommt. Ich gehe auf das Beispiel wieder ein im Falle von Maria, unserer hochsensiblen Frau, die alle Eigenschaften hat von Hochsensibilität und in unserer Videoserie dann lernt, damit umzugehen. Also das erste Beispiel stellen wir uns vor, sie ist begeisterungsfähig und hat nicht gelernt, mit ihrer Wahrnehmung umzugehen und sich abzugrenzen. Was passiert? Maria ist zum Beispiel mit ihren Freundinnen mal wieder unterwegs und sie erzählen ihr begeistert von einem Yoga-Kurs. Maria macht selbst Pilates inzwischen. Sie hat ja mehr auf ihren Körperlernen gehört. Und ja, ist aber so begeistert von Yoga und denkt sich plötzlich, hm, Pilates, das ist ja ganz nett, aber Yoga, das klingt spannend. Ich glaube, das ist es. Meldet sich direkt zum Yoga-Kurs an, wahrscheinlich auch zur Yoga-Trainer-Ausbildung als nächstes und merkt dann aber irgendwo auf der Mitte so, hm, irgendwie ist es das doch nicht ganz. Hm, ich weiß nicht. Zum Glück kommt eine andere Freundin daher und erzählt ihr ganz begeistert von einer weiteren Technikmethode oder was auch immer, vielleicht ein bestimmtes Workout, jetzt im sportlichen Bereich einfach mal gesehen. Und Maria ist total begeistert, denkt sich, ja, genau das ist es, darauf habe ich gewartet. Fängt wieder einen Kurs an, beginnt Bücher zu lesen, setzt sich intensiv damit auseinander, kommt dann auch vielleicht bis zum Punkt, wo sie es glaubt wirklich verstanden zu haben und nach einer Weile ebbt wieder die Begeisterung ab. Maria stürzt sich aufs Nächste und der Kreislauf wiederholt sich. Das ist natürlich wahrscheinlich nicht nur in einem Bereich wie Sport der Fall, sondern oder es kann da sein, es kann auch in einem anderen Lebensbereich auftreten. Ja, die Sache ist, es ist relativ anstrengend und es führt leider nirgendwo hin, wenn man immer wieder sich begeistern lässt von etwas, aber dann nicht durchhält. Das heißt, es ist wie das Flieren an der Oberfläche oder wie so die Mücken hier gerade um mich herumschwirren. Die sind alle so einen Meter über dem Boden, aber sie kommen nie wirklich unten auf dem Boden an. Es gewinnt nie wirklich an Substanz dadurch, dass so häufig die Themen wechseln. Eine Sache sage ich gleich noch dazu, meine persönliche Erfahrung, es kann auch anders sein. Aber erst mal das andere Beispiel, Maria hat gelernt, mit ihrer Wahrnehmung besser umzugehen, sie zu steuern, sich selbst Grenzen zu setzen und mehr mit dem da zu sein, wer sie ist und was sie will. Wozu führt das? Ja, gleiche Situation. Die Freundin erzählt ihr von Yoga und Maria denkt sich, wow, das klingt total spannend. Und ich merke auch, ich hätte wirklich Lust, das auszuprobieren. Aber Moment mal, wie sieht das gerade aus? Ich mache ja schon Pilates und da bin ich eigentlich glücklich und finde da gerade erst gerade so meine Routine und ein tieferes Level. Ich glaube, ich bleibe erst mal bei Pilates. Ich kann mir Yoga aufschreiben und wenn es mich in ein, zwei Jahren oder in ein, zwei Monaten oder Tagen immer noch so begeistert, dann folge ich dem Impuls einfach und schaue mir das mal näher an. Die nächste Freundin kommt, erzählt ihr vom Workout und Maria denkt sich wieder, oh wow, das klingt total spannend. Ich würde mich am liebsten draufstürzen. Aber ich weiß, ich habe begrenzte Ressourcen, sowohl finanziell als auch zeitlich, als auch Aufmerksamkeit, als auch was ich lernen und aufnehmen kann. Das klingt wunderbar. Ich schreibe es mir auch auf eine Liste und wenn es später noch relevant ist, dann komme ich wieder drauf zurück. Und in der Zeit macht sie einfach Pilates weiter und vertieft das, was sie schon kann und erkennt neue Aspekte von Pilates. Ja, die Sache ist da auch, sie erkennt neue Aspekte, die sie vielleicht auch hätte durch Yoga erkennen können oder auch durch das neue Workout, aber eben erst nach einer bestimmten Zeit. Denn egal, ob sie jetzt das eine oder das zweite, das dritte macht, die führen ja letztendlich alle mehr in den Körper, mehr zu sich selbst. Und so ist es Maria möglich, nicht nur an der Oberfläche zu bleiben, sondern wirklich das, was viele Hochsensible auch lieben, bis zur Essenz vorzudringen, bis zum Kern der Sache. Immer weiter und tiefer. So viel zum Thema Begeisterungsfähigkeit und wie man damit umgehen kann, ist einfach letztendlich für mich oft auch eine Sache der Disziplin in erster Linie. Aber dahinter liegt auch, je mehr ich im Außen bin, je weniger ich mich abgrenzen kann, desto anfälliger bin ich für tolle Sachen, die mich auch wahnsinnig interessieren. Du glaubst gar nicht, was ich schon alles gemacht habe. Also ich habe von einfach kurz im beruflichen Bereich als ein Beispiel. Es hat angefangen, dass ich Online-Marketing-Beratung gemacht habe für Start-ups. Das ist einfach so passiert. Dann zwischendurch habe ich eine Immobilie gemakelt, weil die kam einfach mir zugeflogen quasi und ich habe einen Makler gefunden und einen Käufer und einen Verkäufer und ja, hat total viel Spaß gemacht. Ich habe es genau einmal gemacht, weil ich dachte, ach, das ist ja toll, das kann ich mal kennenlernen. Wow, was Neues, ich stürze mich rein. Ja, aber es hatte wieder keine Beständigkeit. Dann war es auch so, ich hatte keine Webseite als Berater, als Online-Marketing-Berater. Ich habe auch Videos dann gedreht, Image-Videos, auch andere Videos. Habe teilweise Tonsachen aufgenommen, also mit Mikrofonen, solche Geschichten. Aber es war immer so, es wurde mir langweilig nach kurzer Zeit. Und immer wenn dann mehr Anfragen kamen, habe ich mich in die Enge gepresst gefühlt quasi und dachte, Hilfe, das ist mir viel zu viel. Also einerseits ist es schön, wenn ich Aufträge bekomme als Selbstständiger, weil sonst sitze ich irgendwann auf der Straße, kann meine Miete nicht zahlen. Auf der anderen Seite, ja, war es irgendwie nicht das Richtige. Und was ich damit sagen will, ist, es kann eine Phase geben, natürlich immer, wo du dich orientierst und wo du Sachen ausprobierst und merkst, nee, das hier ist es nicht, ich werfe es über Bord. Das hier ist es auch nicht ganz. Ja, das geht schon eher in die Richtung, ist es aber auch nicht ganz. Wenn du in so einer Phase bist, alles gut, schau dir die Möglichkeiten an, probier dich aus. Das ist dann ein anderer Kontext. Auch insgesamt für die Videoserie sehr wichtig, hör einfach auf dein Herz. Es muss nicht alles auf dich zutreffen. Alles, was ich sage, hat keinen Anspruch auf Richtigkeit, auf Wahrheit, sondern es ist alles sehr, sehr subjektiv. Ich bin kein Wissenschaftler, eher so, ja, der Erfahrungstyp. Also, ich kann das sagen, was ich aus Erfahrungen von hunderten oder tausenden Workshop-Teilnehmern gesehen habe, was ich bei mir selbst erfahren habe, was ich an Rückmeldung kriege, per E-Mail, per Kommentare. Das ist so das, worauf ich zurückgreife. Genau, das heißt Begeisterungsfähigkeit. Ein Punkt noch dazu, zu dem Umbruchsphase. Wenn du dich orientierst, wirst du aber merken, es ist vielleicht ein bisschen anders. Dann ist es nicht dieses, wow, ich stürze mich sofort irgendwo drauf, sondern eher so ein Gefühl, ich suche nach noch dem Richtigen. Also vielleicht kann man es auch da differenzieren. Das zur Begeisterungsfähigkeit. Ich kann dir sagen, ich liebe es selbst sehr, begeistert zu sein und kann mich für alles Mögliche begeistern. Und konstruktiv gesehen ist das auch eine sehr, sehr schöne Eigenschaft, weil wenn ich was finde, was mir Spaß macht, was mich erfüllt und wenn ich es schaffe, da die Begeisterung aufrecht zu erhalten und auch wenn es mal nicht ganz leicht ist, zum Beispiel fange ich gerade an, Gitarre zu lernen, dann zu sagen, okay, jetzt ist so der Punkt, wo ich normalerweise sagen würde, oh, ich gehe woanders hin, finde was Neues. Und da mir einfach Zeit zu nehmen und zu sagen, gut, ich will dieses Ding unbedingt spielen lernen, ich bleibe dabei. Und nach einer Welle von, uff, es ist schwer, kommt dann oft noch mehr Begeisterung, bei mir zumindest. Das ist es für heute. Ich hoffe, das Video war hilfreich für dich. Wenn ja, gib mir ein Like. Wenn nicht, dann zweimal auf Nicht-Like klicken. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video auch wieder mit einem überraschenden Thema oder ich schaue mal gerade. Na, lass dich überraschen, was gleich kommt. Schön, dass du da bist. Bis zum nächsten Video und einen schönen Tag wünsche ich dir. Bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020